So, hi Leute, hier ist der Soulcruiser und warum zeige ich euch jetzt diesen Screen im Hintergrund? Und zwar geht es sich darum, dass wir so ein kleines Nebenprojekt hier am Laufen haben und zwar Auto to Break Diablo auf Monster Stufe 10 und wir sind schon dabei auszutüfteln und zu klügeln, wie wir das am besten machen und Taktiken am Ausdenken und demnächst wird es dann hier mal bestimmt ein längeres Video geben, wo wir dann Diablo auf der höchsten Schwierigkeitsstufe mal knacken und ja, ich denke mal, ich werde da schön die Facecam bei anmachen, weil man weiß halt ja, wenn es dann wirklich ein bisschen schwerer ist, dann sieht man auch die Emotionen und das will ich euch nicht vorenthalten, also ich weiß nicht genau wann es jetzt kommt, aber wir sind jetzt in der Planung, wir sind jetzt am Gucken und ja, Leute, dann würde ich sagen, hau da rein und dann sehen wir uns, wenn dein oberste Übel auf Monster Stufe 10 fallen soll. Hau uns da rein und tschau!